. . . . . . . . Wir versuchen die Welt anders anzuschauen. Darum mache ich diese anerben. Ich glaube, dass man das Zeug besser versteht, wenn man es von verschiedenen Seiten anschaut. Ich mache ein kleines Beispiel. Das hier ist ein Fernerrohr. Wenn Kinder etwas ganz genau spielen, schauen sie so durch solche Sachen durch und sehen das Zeug besser, stellen sie sich vor. Das ist schon relativ nah an einem ganz okay Zeichen, nämlich an diesem hier. Ich möchte mit euch machen, dass ich etwas öffne. Nur wenig. Etwa so. Oder so. Je nachdem ungefähr. Denn erst, wenn man offen ist, kann man Grösse zeigen. Keine Angst, von jetzt an rede ich nicht mehr viel. Das wird jetzt recht heavy. Achtung. Seid ihr bereit? Gut. S. L. L. M. S. L. XS. S. M. L. XL. S. L. L. S. L. L. M. M. S. S. L. M. S. S. X. L. 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 Aber eben O, G, 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 O, 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 das O und das ganz fest, S, B, W, S, B, G, B, 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 S, B, B, W, 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 G, G, W. Jetzt wird es politisch, ich sage nichts. S, P, S, V, P. Achtung, Richtung 6, jetzt geht es oben runter. S, M, L. Das auch, aber im Schnitt. S, M, L, XL. Hier auch, aber mit Migrationshintergrund. S, M, S, L, M, M, XS, XS, S, S, M, M, XS. Ha, ha, ha. Danke für mich. Danke. 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 Danke.